Ich will keine Rockstar werden. Ich werde auf der Bühne stehen und abrocken. Ja, ein Tor ist gefallen! Wollen Sie was saufen? Ein kleines bisschen. Wollen Sie Alkohol? Vielleicht, wenn Sie Sekt haben? Ja, ich habe auch gerne Sekt hier. Wollen Sie auch eine kippen? Nein, das wäre bitte viel. Theater ist so leidenschaftlich. Es bringt Menschen zusammen. Denn es gibt ja Dinge, die kann man nur alleine machen. Aber ich möchte nicht alleine sein. Und Johnny? Ja! Ah! Gut! Ich habe gemerkt, eine schicke Jacke. Ein Bart? Nee, das ist doch der, ähm, ich komme nicht drauf, ähm, ähm, der Lars. Genau! Genau! Ja, gut gemacht! Ja, sehr schön! Ja, sehr schön! Ist das? Wow! Guck mal, wie das mal endet! Dann bin ich nicht mehr ich selber, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja, meine letzte Rolle war Papst, ja. Ja, da versuche ich mich schon, äh, schon meist in die Rolle irgendwie, hier hinein zu versetzen. Wow! Ja, was wollt ihr? In meinem normalen Leben, da geht ja alles ziemlich schnell voran vonstatten. Man ist immer auf dem Sprung und hier kann ich unglaublich die Leichtigkeit genießen und in Anführungszeichen das Langsame. Das Besondere ist, die Leute wiedersehen und bei den Proben gefällt mir auch. Und wieder überlegen, was für Neues spielen wollen und mit den anderen das zusammen zu überlegen und dann zu spielen. Aber erst mal proben. Aber du wolltest doch, glaube ich, auch mal in den Peter-Ester rum. Ja, ich wollte den Papst sehen. Ich wollte diese Blumen sehen nun schon. Zum Papst möchtest du, der soll einen Blumenstrauß segnen. Das ist eine gute Idee, ja. Das können wir machen. Ja, gut. Sagen wir ganz einfach mal hier. Ab nach Rom. Hallo, hallo, Sie. Wir möchten gern zum Papst. Wie kommen wir da hin? Mit der U-Bahn. Danke. 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 Minestrone. 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 Oh-oh-oh. Kaninchen. Kaninchen. Oh-oh-oh. Wir haben schon so viel gearbeitet heute Morgen. Wir möchten was zu essen haben. Nein. Wie? Noch nicht fertig? Nein. Nein? Wir können warten. Nein, weg. Ich hab, ich hab toll mitgespielt. Ähm. Und ich war ein Protagon, bin ich. Zwei, das ist soweit. Wen heiraten Sie denn? Ähm. Ich heirate, ähm, eine schöne Frau. Eine schöne Frau. Ja. Sie haben Ihren Anzug gerichtet. Oh, wunderschön. Schön. Wollen Sie ihn anprobieren? Ja, wunderschön. Sind Sie schon aufgeregt? Ja, hab ich aufgeregt. Dass es in uns vor der Aufführung brodelt, weil wir so aufgeregt sind und wenn wir auf der Bühne stehen, geht es uns leichter, weil wir spielen und weil wir jedes Jahr immer ein volles Haus haben und die Leute uns zuhören wollen. Ich hatte ganz andere Vorstellungen. Dachte, okay, es gibt irgendjemand, hat ein Textbuch, sich vielleicht überlegt oder aus dem Alltag irgendwas konstruiert für sich. Aber dass wir alle oder alle Schauspieler ihr Stück selber schreiben, war für mich was ganz Außergewöhnliches. Und es geht halt darum, dass wir den Gräfen das Geld aus der Tasche ziehen, weil wir sagen, wir haben Geld, obwohl wir auch bankrott sind. Die Gräfenden sagen es ja auch, sie sind reif, haben wir sind aber auch bankrott. Ja, und so versuchen wir uns gegenseitig das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist einfach der Witz daran. Schatz, möchtest du einen Schluck Schapan? Oh ja, gerne. Sag ich die Yacht holen. Ich. Das wäre reich. Das wäre reich. Das wäre reich. Tankchen. Oh je. Tankchen. Yes. Hast du gehört? Sie haben Yacht und Helikopter. Oh no. Ich habe in der Zeit, wo ich hier in diese Gruppe kam, sehr viel an mir an Wahrnehmung gespürt und einfach auch viel mehr Offenheit entdeckt durch die Gruppe. Also wir sind wesentlich reicher als ich, das schwöre ich Ihnen. Was, du unterstelle ich? Wir sind reicher. Das Besondere und am Theater anders ist, es gibt nichts Falsches und Richtiges oder Gutes oder Schlechtes. Alles gilt und jeder kann machen, was er will und es hat sein eigenes Gewicht und jeder lässt jedes und jedes gelten. Und das bringt uns zusammen und macht uns unglaublich Spaß und da kommt was bei heraus. Und es ist ein tolles, tolles Gefühl auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute im Himmel uns ahnen, weil wir selbst, das Talent hat uns gefunden und das uns Spaß macht und das unsere Proben super laufen und auch das sich wiederholt. Und ich habe kein Geld. Hey, hey, geh da hin! Ich kann nicht, bin ich da oben. Spiel, weiterspielen. Der Spitzhaus liegt auf dem Kroatien, hat den Ball schon und er kann jetzt das Spiel ansteigen. Also, dass man neue Leute kennenlernt und wieder Freundschaften schließen kann. Und den Zusammenhalt finde ich einfach krass in der Gruppe. Mich würde auch freuen, wenn neue auch kommen und die anderen auch bleiben und dass wir halt immer zusammenbleiben. Musik! 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 Egal was passiert, wir werden immer Freunde sein. Ihr alle seid in meinem Herzen und ihr seid es auch. Ich bin schon lange in der Theatergruppe und mir macht es auch Spaß. Das war es auch schon von mir. Danke, tschüss. Ich bin schon lange in der Theatergruppe. Ich bin schon lange in der Theatergruppe. Ich bin schon lange in der Theatergruppe. Vielen Dank.